Ja, dieser Aufruf tut weh, aber wir müssen über die Corona-Folgen berichten. Schicken Sie Fotos, Videos, wo die Lage am schlimmsten ist. Bild-Reporter werden hinfahren und berichten. Lesen Sie auch melden Sie uns Ihre Pleite Innenstadt. Erzählen Sie uns in einem Video, wie schlimm es um Ihre Pleite Innenstadt steht und schicken Sie uns Ihre Botschaft. Allerdings, es geht nicht um geschlossene Läden, die nach dem Lockdown wieder öffnen dürfen, sondern um Geschäfte, die bereits aufgegeben haben. Bitte senden Sie Bild-Auchnamen, Wohnort, Telefonnummer, Alter und Beruf, damit wir Ihren Beitrag in die Berichterstattung auf Informationen zum Datenschutz finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017